Das Video habe ich von meinem Cutter empfohlen bekommen. Da dachte ich auch, als ich das Thumbnail gesehen habe, okay, wir schauen mal rein auf diskret. Wie ist das, eine Bimbo-Doll zu sein? Bimbo, wissen wir alle, was das, glaube ich, ist. Ja, und eine Doll ist ja eine Puppe. Also eine Bimbo-Puppe. Kann ich mir jetzt überhaupt nichts darunter vorstellen, was das sein soll. Jeweils zwei Liter Wasser in deiner Oberweite drin. Genau, da wurde schon gesagt, das ist ja fürchterlich. Warum machst du sowas? Was war so die verrückteste Sache, die du mal gemacht hast? 200 Euro, dass wir 30 Sekunden über seinen Penis lachen. Was würdest du sagen, wie viel Geld verdienst du damit? Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und wir werden heute eine junge Frau treffen, die eine Bimbo-Doll ist. Aber bevor es losgeht, kommen wir heute erstmal zum Faktencheck. Wenn man alle in einem Jahr verwendeten Brustimplantate übereinander stapeln würde, wäre der Berg 150 Kilometer hoch. Die größten Brüste der Welt wiegen... Tatsächlich Brust-OP, der häufigste Eingriff. Bei beiden Geschlechtern, logischerweise, wenn man es zusammenzieht, aber auch logischerweise der größte kosmetische Eingriff überhaupt immer. Mit großem Abstand. 52 Kilo. Die in Deutschland am häufigsten durchgeführte Schönheitsoperation ist die Brustvergrößerung. Und im Jahr 2020 ließen sich in Deutschland 68.000 Frauen die Brüste vergrößern. Die Anzahl der Po-Vergrößerungen nahm seit 2015 um 67% zu und damit auch die Anzahl der Menschen, die bei dieser Operation gestorben sind. Also für Po würde ich doch lieber mich ins Fitnessstudio bequemen. Ich meine, Bauch trainieren verstehe ich. Bauch ganz, ganz schlimmes Pflaster. Passt eigentlich die Lautstärke, Chat? Bauch ist wirklich absolut schlimm. Klar, Muskelkater im Po ist jetzt auch nicht gerade schön, aber Po würde ich wahrscheinlich nicht zur OP gehen. Also ich als Frau. Aber ich bin auch keine Frau. Mit dem Faktencheck, Freunde, hier seht ihr jetzt noch die Statistik eingeblendet, wie viele von euch diese Videos zwar gucken, aber diesen YouTube-Kanal noch nicht aktiviert haben. Deshalb holt das jetzt nach, aktiviert den Kanal und abonniert die Glocke. Zwei kostenlose Klicks für euch. Weil Po kann man trainieren, ne? Aber Brüste kannst du ja nicht größer trainieren. Geht ja nicht. Die schrumpfen eher noch, weil wenn du das ganze Körperfett verbrauchst, dann nehmen auch die Brüste ab. Und Po, ja, da würde ich eher zum Training greifen. Ich danke euch vielmals für die Unterstützung. Und ich würde sagen, wir haben jetzt auch genug geredet. Wir gehen los und treffen Jesse. Ich habe doch Gesicht verzogen, als er gesagt hat, dass sehr viele bei der Po-OP sterben. Das ist auch immer so ein krasses Risiko. Das ist immer so schöner sein und dafür riskieren, dass man stirbt, Chad. Man stirbt. Dann muss man doch eigentlich die OP nur machen, wenn man tot, tot unglücklich ist in der aktuellen körperlichen Situation. Nur dann würde man doch eigentlich das Risiko auf sich nehmen. Nur, dass man schöner ist. Hallo, hallo, hallo. In seinen eigenen Augen, ne? Hallo, hallo. Jessie, ich grüße dich. Alles klar bei dir? Bei mir ist alles klar und bei dir? Super. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Na klar, gern. Ich bin die Jessie, ich bin 21 und ich habe nur 50.000 Euro für Schönheits-OPs ausgegeben. Das ist eine Stange Geld, meine... Die hätte ich lieber in Äther gehauen, Digga. Und da ergeben sich natürlich einige Fragen raus. Wenn es irgendetwas gibt heute, was du nicht beantworten möchtest, weil es zu privat ist oder so, dann sag das bitte. Aber ich freue mich, die Zuschauer zu Hause auch, wenn wir erfahren, was da genau passiert ist. Und wenn du bereit bist, dann legen wir direkt los. Super, ich freue mich. Ist das Video laut oder nicht? Bin ich doof, das ist so laut. Für dein Aussehen, für diesen Look. Ah, das Wort Bimbo bezeichnet eine attraktive, aber dumme Frau. Noch nie gehört in dem Kontext, ne? Ja, in Deutschland ist Bimbo eher als rassistische Bezeichnung für einen Menschen mit dunkler Hautfarbe bekannt. Genau, also es nennt sich aus dem Englischen Bimbo-Vacation. Das ist diese ganze Szene. Das ist halt dieses dumme Blondchen, ist die deutsche Übersetzung. Dafür steht dieser Look halt eben. Und was ist dann Bimbo-Doll? Ja, das ist quasi so die Person, die eben so diesen künstlichen Look hat. Das ist dann eben eine Doll, ein Püppchen, so. Ja, das ist dann eben diese Person. Ach so, das bist du dann explizit? Genau, ich bin jetzt quasi eine Bimbo-Doll, weil ich ja eben diesen künstlichen Look eben so verkörpere. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Wie kam es denn für dich zu deiner ersten Schönheits-OP? Erinnerst du dich daran? Ja, es war für mich schon immer so, auch in meiner Jugend, dass ich das immer toll fand, dass ich einen sehr femininen, übertriebenen Look fand, ich immer sehr, sehr schön. Das war immer das, wo ich gesagt habe, so, boah, das finde ich toll, so würde ich auch gerne austauschen. Ich hätte gern Make-up, ich hätte gern schöne, lange Haare und so. Und ich hatte aber auch von Natur aus jetzt nicht so, nicht die Normbrust, wenn es so etwas gehen sollte. Ich hatte eine tubuläre Brust, das ist so eine Brustneubildung. Und die waren halt dann wirklich total hängend und ich hatte quasi gar nichts bis hier. Und dann wie so kleine Säckchen so ein bisschen. Also es war nicht so, wie ich es mir eben vorgestellt habe. Es war nicht so, nicht so schön in meinen Augen für mich persönlich, für meinen Körper. Ich habe mich angeschaut und ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt damit. Dann habe ich halt, dann bin ich 18, kurz nach meinem 18. Geburtstag, habe ich meine Eltern eben auch gefragt, so, hey, ich fühle mich da wirklich unwohl und ich mag das nicht und ich habe so viel Kraft in meinen Körper investiert. und so viel Sport gemacht. Und jetzt kann ich keine BHs tragen, weil die so unterschiedlich groß sind und so was. Und ich bin nicht so lieb. Die Brüste, ach, die waren dann auch okay. Also das eine war ein B-Körbchen, die eine Brust, die andere AA. Das war quasi flach und Brust. Das war ganz schwierig. Das war wirklich, ich konnte fast keine BHs tragen, was natürlich auch für mich persönlich, ich meine, jetzt trage ich keinen mehr, aber für mich war es damals schon ein schlimmes Gefühl. Und da haben meine Eltern mich dann unterstützt. Aber nachvollziehbar, würde wahrscheinlich jeder Frau so gehen. Sie haben dann gesagt, okay, du kannst dir aussuchen, machst du den Führerschein oder machst du eine Brust-OP. Ich habe die Brust-OP genommen und nicht den Führerschein. Die haben das so offen gesagt. Deshalb keinen Führerschein. Genau. Also die geben dir Geld, aber du musst entscheiden, was du damit machst. Ja, ich habe dann die OP gehabt und ja, das war für mich irgendwie eine ganz tolle Erfahrung zu sagen. Was ich mich gerade frage, ist sie erkältet oder hatte sie vor kurzem noch diese Nasen-OP, die wir gerade gesehen haben? Weil sie tut schon so reden, Chat, als ob sie nicht so gut Luft bekommt. Oder ist das eine Nachwirkung von der veränderten Nase, frage ich mich gerade. Wenn es ein letzteres ist, dann war das auf jeden Fall auch wieder nicht wahrscheinlich die beste OP. Ich habe jetzt das neue Körper geändert und fühle mich so viel, viel wohler. Okay. Also war dieses Problem mit den Brüsten ab dem Moment eigentlich geklärt, weil du dann, du hattest dann Silikon-Implantate, die da reingekommen sind? Genau. Weißt du noch, was das gekostet hat? 5.500 Euro. Die Brüste drücken auf die Lunge. Kann sein, oder? 5.500 Euro, okay. Ja, dein Führerschein halt, ne? Genau, Führerschein und irgendwie ein erstes altes gebrauchtes Auto oder sowas. Also, ich habe bis jetzt übrigens immer noch keinen Führerschein. Okay. Willkommen. Okay, aber das war dann, so wie ich jetzt mal vermute, nicht dein letztes Schönheits-OP. Genau. Danach kam halt dann Lippen-Underspritzung, weil ich gesagt habe, ich habe das ja noch ein bisschen. Ne, also es war vorher auch Schuhpflanz, dass wir irgendwann die Lippen unterspritzen lassen. Einfach, weil ich es mal ausprobieren wollte, weil es mir gut gefallen hat eben bei anderen Menschen. Und ich dachte, ach ja, probiere ich es mal aus. Ja, dann kam. Warum hat Leroy zwei unterschiedlich hohe Schuhe? Wegen seinen Glasknochen. Er ist so oft hingefallen und hat sich die Beine gebrochen, dass sie halt nicht mehr ganz gerade zusammengewachsen sind. Also hat er unterschiedlich hohe Sohlen, um das wiederum auszugleichen, dass er quasi gerade auf dem Boden laufen kann. Oder halt seine Füße ablegen kann. Die zweite Brust-OP, weil ich gesagt habe, die erste ist mir nicht mehr groß genug. Und dann dachte ich mir, ach ja, ich mag dieses Künstliche sehr gerne. Ich habe angefangen, das alles auf Social Media eben zu teilen, in dem Zeitraum auch. Und habe dann irgendwann gesagt, ich lasse den E-Pro noch machen, den Brasilian Budlift. Da habe ich einen Fetttransfer. Wer hat darüber gerappt? In irgendeinem Rap-Text habe ich das mal gehört. Wer hat in die Probacken und noch eine Plakate in den Pro? Und danach habe ich mir gedacht, ach ja. Laui schreibt, ich würde mir für das Geld lieber eine PlayStation 5 holen. Sympathisch. Aber erst mal eine bestellen können. Im Vergleich zum Po sieht die Brüste jetzt so klein aus. Dann mache ich es halt nochmal. Shireen und... Und habe dann nochmal eine gehabt. Haftbefehl. Okay. Das heißt, du bist von Großgröße D auf Großgröße E? Oder was kommt danach? Ich weiß es gar nicht. Jetzt habe ich K. Aber ich trage ja gerade bei Haas von dem her. Jetzt wäre es offiziell ein K. Also zwei Kilo pro Seite. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ich bin fertig mit der Welt. Das ist jetzt kein Flex-Chat, aber die hatte sogar natürliche. Die hatte einfach von Natur aus sehr, sehr große Brüste. Und war dazu noch etwas mollig. Was ja dann auch nochmal manchmal eine halbe oder eine BH-Größe oben drauf geht. Also es war mindestens ein großes F, wenn ich sogar G. Ich habe einen Implantaten, also zwei Liter pro Seite. Ich habe keine klassischen Silikonimplantate mehr, sondern so wie so ein Wasserballon ist das. Mit Kochsalz gefüllt. Okay. Okay. Es gibt halt nichts mehr in der Größe, das ist das Ding. Also das ist nur mit Wasser gefüllt. Das war auch ganz lustig. Frisch nach der OP, weil ja frisch nach der OP alles noch sehr hart war, konnte man da wirklich dagegen klopfen. Und hat wie so eine Wassermelone, hat sich das angehört. Das war sehr lustig. Du hast da jeweils zwei Liter Wasser in deiner Oberweite drin. Genau. Also insgesamt vier Liter. Ja, man muss sich so vorstellen. Die Implantate sind eigentlich ausgelegt für 1,5 Liter und die wurden ja überfüllt. Deswegen ist da gar nicht so viel Luft drinnen, dass es irgendwie groß rumwaffeln kann oder sowas. Deswegen fühlt es sich einfach, ich fand es ein Stein hart. Das muss man also, die sind wirklich sehr hart. Das ist halt das Ding von solchen Kochsalzimplantaten, dass die nicht so schön weich sind, wie die Silikonimplantate. Aber mich stört es nicht. Ich mag das sogar, weil es mir so mehr diesen künstlichen Effekt eben gibt, wenn die eben so hart sind. Okay. Hat man da keine gesundheitlichen Einschränkungen? Digga, selbstverständlich. Ich muss wahrscheinlich extrem aufpassen beim Bücken und beim sich bewegen, mit so viel Gewicht vorne dran. Allein manche Frauen, die sehr, sehr große Naturbrüste haben, die müssen schon aufpassen mit dem Rücken. Was glaubst du, was bei ihr los ist, Digga? Die muss wahrscheinlich, was sie hoffentlich macht, sehr viel Fitness machen für den Rücken. Weil sonst kriegt sie irgendwann Probleme, ob sie will oder nicht, ne? Und Schlafen auf dem Bauch ist auch nicht mehr drin, ja. Hast du dich mit den Risiken bei solchen Geschichten abgefunden? Weil gerade deine Hintern-OP, dieser Brazilian Butt Lift, das ist, glaube ich, eine der tödlichsten OPs, die es überhaupt gibt in diesem Bereich. Ja, ich glaube, ich weiß auch warum. Wer hat darüber mal aufgeklärt? Eine von diesen extrem guten Meinungs-Vloggerinnen hat darüber mal aufgeklärt, weil da sehr leicht Arterien getroffen werden können. Und dann, ja, das ist nicht so gut. Da stirbst du halt dran. Genau, Alicia Jo war es, glaube ich. Weil selbst wenn die, also wenn die keine Hauptarterie treffen, sondern nur eine kleine, dann sehen die trotzdem das bei der Spritze nicht, weil kein Blut reinkommt durch so eine kleine Arterie. Aber trotzdem reicht es, dass es sehr gefährlich ist, wenn da dann halt dieses Fett reingespritzt wird, ne? Hast du, wusstest du das vorher? Mhm. Und hast dann gesagt, so... Also die einzige OP, die ich mir unterziehen würde, Chad, ne, vielleicht muss ich es irgendwann mal machen, wäre die Penisverkleinerung. Weil dann wird nicht sich immer beschwert, dass er zu groß ist. Kappi, Wappi, Schnappi. Und manchmal nervt es, dass er halt unten am Boden schleift. Aber ja, ansonsten würde ich mir gar keine OP gönnen. Kappi. Du hast nur Probleme mit deinem Schlepphoden. Bruder, dirty. So homo, Digga, Schlepphoden, auch völlig normal oder was weiß ich, wie man das nennt, wenn du einen kleinen Hoden hast. Klein, groß, verschieden großen Hoden. Scheißegal, Digga. Bisschen Flecken auf der Vorhaut, Vorhaut, kurze Vorhaut, bisschen krummer Pimmel, Digga. Ist doch einfach scheißegal, Digga. Hauptsache, du bist gut bewaffnet. Ich verrechnen den Punkt, dass man sich nur von kompetenten Ärzten ... Bruder, musst immer dir vor Augen halten, andere werden einfach geboren mit einem Mikropimmel. Und egal welche OP, die können das nicht wiederherstellen. Die haben nie dieses völlige Gefühl, wie es ist, in eine Frau einzutauchen, Digga. Und die sind wirklich ... Die haben es viel schlechter, als wenn dein Schlepphoden irgendwie ein bisschen hängt oder kleine Rosinenhoden, Digga. Es geht immer noch schlimmer, ne? Man muss einfach dankbar sein, wenn man gesund ist, ne? Dass wir völlig unterschiedlich aussehen und Variablen haben in unserer ... Ja, in unserer Zusammenstellung, Konstellation, ist doch okay, Digga. Imagine, wir würden alle an der Stange ... Behandeln lassen sollte, das ist gar keine Frage. Flecken bin fertig, ist nicht ungewöhnlich. Weiß ich von einem Freund. Der Kenntnisstand, den ich habe zum Brazilian Butt Lift, ist ein etwas anderer. Das ist eine OP, die kann man nicht ohne ein verhältnismäßig verdammt hohes Lebensrisiko durchführen. Man kann natürlich, wenn man die mehrfach gemacht hat, dann ist man mit Sicherheit besser als andere. Aber wie dein Körper letztendlich darauf reagiert, dass so viel muss ja im Vornherein zunehmen, damit dieses Fett dann von anderen Körperstellen in deinen Hintern wieder reingepackt wird. Und dafür ist der Körper natürlich grundsätzlich nicht gedacht gewesen von der Natur. Und wenn dieser Eingriff dann irgendwie währenddessen schiefgeht und dein Körper halt sagt, ne, okay, das war's, dann kann halt auch kein Arzt mehr was machen. Wie ist das mit Rückenschmerzen? Das sind natürlich Kilos, die haben jetzt Männer nicht. Und auch ich habe nun wieder mal Rückenschmerzen. Aber wenn ich mir überlege, dass mich hier, ne, mich zieht hier irgendwas runter. Ich müsste vorher nicht zunehmen, sagst du, der Knuddelweerbauch wird dann einfach entwendet. Dann kann ich das voll verstehen, dass das irgendwie weh tut. Wie ist es bei dir? Weil du hast jetzt extra vier Liter an die Brust geheftet, die du immer mit dabei hast und die dich immer nach vorne ziehen. Genau, also ich muss sagen, ich habe die jetzt seit einem halben Jahr und ich habe keine Rückenschmerzen. Bin aber auch wirklich dankbar dafür. Und ich mache aber auch viel Rückentraining. Ganz, ganz, ganz wichtig. Mein Arzt und mein Fitnesstrainer haben sich da zusammengesetzt und haben eben geschaut, welche Übungen da wirklich wichtig sind. Es gibt schon hin und wieder so Sachen, zum Beispiel, ich filme ja auch kein Kochvideos. Und wenn ich mein Handy eben da stehe und wenn ich dann irgendwie Topf da habe und ins Handy will, dann passiert es dann auch so, dass ich den Topf wegkriege aus Versehen. Aber das sind alles so Sachen, die ich halt lustig finde, wo ich jetzt nicht so denke, boah, nein, oh Gott, meine Brüste sind zu groß. Oder wo ich mir eher denke, so, ha, meine Brüste sind zu groß, deswegen stich ich den Topf halt. Ja, Carsten Pfeiffert einfach. Ihr wisst jetzt, Chat, ich habe ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und ich hatte halt auch mal eine mit sehr, sehr großen Naturbrüsten. Und die musste auch Sport machen und hatte sogar über eine OP nachgedacht für eine Brustverkleinerung, weil es ja einfach zu groß war. Und die hatte wirklich Brüste, wo andere Pornostars wahrscheinlich pro Brust 10.000 Euro ausgeben oder so. Aber ihr war es zu groß und ja, sie hat sich immer beschwert. Sie hat auch viel Sport dafür gemacht. Und das weiß ich noch. Wir waren gemeinsam duschen und der Mann ist ja schneller fertig beim Duschen. Dann bin ich rausgegangen, habe mich schon abgetrocknet. Als sie fertig war, hat sie dann den klassischen Abzieher gemacht in der Kabine und hat währenddessen, das hat sie ganz normal, selbstständig halt automatisch gemacht. Und ich fand das halt so interessant, wenn sie halt etwas gemacht hat, ohne BH, war, hat sie so, also ihre Brüste festgehalten, als ob die jemanden klauen will, weil die halt zu schwer waren und das deshalb wehgetan hätte beim Rücken. Also hat sie ihr, mit der einen Hand hat sie diesen Abzieher benutzt für die Scheibe und mit der anderen Hand hat sie ihre Brüste festgehalten, weil die halt so schwer waren für sie, für ihren Rücken. Die war aber auch eine sehr kleine Person. Es gibt aktuell nichts. Da hat das Verhältnis zwischen Größe und Brustgröße einfach nicht gestimmt. Sie war, weiß ich, 1,55 rum und hatte F-Titten, äh Brüste. Wo ich sage, so, das ist irgendwie unaushaltbar. Das war auch schlimm oder sowas. Ich meine, ob ich jetzt mit 50 noch diese Größe haben werde, weiß ich nicht. Also das kann ich nicht sagen. Es ist eher unwahrscheinlich. Es kann sein, dass du die auch irgendwann einfach wieder klarer machen willst. Ja, ab und zu habe ich die auch festgehalten. So, boah, das ist mir jetzt einfach zu groß, wenn ich irgendwie 50 bin oder so. Oder man rücken kann auch noch. Ja, deine Haut ist doch total gedehnt jetzt. Genau, also es gibt ja, also man könnte die Implantate eben kleiner machen und dann hätte man halt so ein bisschen weicheres Gewebe halt einfach. Oder ich meine, im Notfall könnte man halt noch straffen zusätzlich. Also es wird ja auch oft gemacht bei einer Brustreduktion, da wird ja dann auch die Haut noch gestrafft und sowas. Stimmt. Okay, das wäre dann einfach nochmal ein extra plastischer Eingriff. Ist bereits so kennengelernt. Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert, weil, dass du OPs gemacht hast, das sehen Eltern ja auf den ersten Blick. So, selbst ich hätte das jetzt logischerweise erkannt mittlerweile, aber deine Eltern sehen das ja sofort, sofort. Also ich habe meinen Eltern damals gesagt, dass ich mit der Brust-OP, das wussten die ja, sie haben mir auch das Geld dafür gegeben. Und dann die ersten Wipfeler habe ich mir einfach gemacht, ohne was zu sagen. Und ich habe da schon weiter weg gewohnt. Es waren jetzt so gut 50 Kilometer zu meiner Familie und da war ich dann einmal zu Besuch. Und dann wurde ich schon von meiner Tante, von meiner Oma, von allen drauf angesprochen, was zu meinen Lippen passiert ist. Da wurde schon gesagt, das ist ja fürchterlich, warum machst du sowas? Und das wurde nicht so positiv aufgenommen. Das ist ja auch absolut, Chad kennt ihr ja auch meine Meinung dazu. Jeder kann natürlich mit seinem Leben machen, was er will. Ich bin ja nicht, wer bin ich, dass ich da ein Recht hätte, reinzureden. Aber ich finde diesen Trend, wir haben da halt absolut diesen Trend, absolut Meta, diese aufgespritzten Lippen, dieser Trend, den finde ich ganz schlimm. Bei manchen, die haben halt unterschiedlich große Lippen, egal ob Männlein oder Weiblein. Und da kann ich es verstehen, dass man dann die eine Lippe, die ober- oder unterlippe angleicht, dass sie gleich dick sind ungefähr und es halt natürlich aussieht. Und okay, bei anderen, die machen halt ein bisschen mehr, dass man schon so sieht, okay, das ist wahrscheinlich nicht mehr natürlich, muss jeder wissen. Aber ich finde das ganz fürchterlich. Damit meine ich nicht mal jetzt so übertrieben, sondern wirklich nochmal ein, zwei Stufen darunter, wo du trotzdem siehst, hey, ich weiß nicht, Bruder, ich finde das ganz schlimm. Und dann schaue ich auf Instagram, 50.000, 80.000, 120.000 Likes auf die Bilder und ich denke mir so, Bruder, sieht das niemand anderes wie ich so. Das ist so, und ja, die jungen Frauen machen auch alle mit, kaum noch eine Frau hat irgendwie große natürliche Lippen, sondern alle auf Krampf, Digga. Auch so viele sehen einfach nur noch aus wie Copy-Pasted, Digga, ne. Fister, Lippen, Brüste, was weiß der Geier einfach. Keine Ahnung, Mann. Wenn ich mir aus dem Katalog eine Frau bestellen will, Digga, dann gehe ich auf fucking Metaverse Facebook, Digga. Und nicht im Real Life. Finde ich einfach kein schöner Trend, dass da wirklich, ja, diese ganzen scheiß Insta-Filter, Bruder, wir tun wirklich TikTok, ganzen Nutten-Plattformen, machen die ganze scheiß Jugend kaputt, Mann. Sobald die 18 sind, kicken die ersten Gesundheits-OPs. Und wenn Mama und Papa allein auch ordentlich bearbeitet wurden, dann auch manchmal auf illegal, mit 16 Jahren, finde ich nicht gut, Digga. Das ist einfach bodenlos, ne. Deshalb Social-Media-Konsum reduzieren. Das ist, ich merke das sogar selber. Der Algorithmus von Instagram ist so fucking shit. Ich interessiere mich für Fitness, Digga. Dann werden mir nur noch irgendwelche geisteskranken Gigachats vorgeschlagen. Und ich denke mir so mit meinen Gummiärmchen, ja, Bruder, wofür gehe ich eigentlich trainieren, ne. Hätte ich nicht einen gesunden Alltag mit einem guten Selbstvertrauen, würde ich wahrscheinlich auch Depressionen schieben und mir denken, Alter, ich bin richtiger Schmutz. Ich habe überhaupt keine Muckis. Ich habe gar keine dicken Arme. Ja, weil mir immer nur irgendwelche Herkulesse vorgeschlagen wurden. Das ist einfach Kacke. Passt da einfach auf euch auf. Lasst euch nicht von der Social-Media-Welt irgendwie manipulieren. Das ist leichter gesagt, als getan. Es passiert trotzdem. Ist ein schleichender Prozess. Weil halt du immer nur diese perfekten Menschen siehst. Und die ganzen Leute, die normal sind, wie du und ich, die siehst du aber nicht. Die werden dir nicht vorgeschlagen. Weißt du auch warum? Die kriegen keine Likes, Digga. Ne? Die kriegen keine Likes. Deshalb werden dir immer nur die Gigachats vorgeschlagen. Oder die Frauen, die halt aussehen, wie halt teilweise der Trend aussieht. Und das ist ja sogar so pervers, dass der Algorithmus diese Gesichtsmimik, äh, wisst du schon, die Gesichtsproportionen scannt. Und dann findest du diese Art Frau attraktiv. Und dann werden dir teilweise nur noch solche, also gar keine bunte Vielfalt mehr, da werden dir nur noch Frauen vorgeschlagen, die so aussehen. Digga, wie geisteskrank das ist. Eigentlich musst du die ganze Scheiß erlöschen, Digga. Weil ich, das ist das Tor zur Hölle. Aber der große Knall kam dann eigentlich eher wegen... Das musst du dir immer und immer wieder sagen. Immer und immer wieder. Dass ich eben mein Leben online teile oder eben auch damit Geld verdiene und sowas. Das ist so von meinen Eltern das Schlimmste überhaupt. Und was ist da so die Grenze für... Manche streamen sogar mit Filtern. Nicht diese übertriebenen Filtern, wo du es direkt siehst, wenn das Gesicht so hier rot leuchtet. Und dann, du wirst schon, das Gesicht so mega glatt ist, so übertrieben glatt, dass du es immer siehst. Sondern so richtige Undercover, äh, dezente Filter, die halt auch das Gesicht ein bisschen puppenhafter machen. Wo ich mir denk so, Alter, das ist ein Livestream. Ich bin da, um deine Art zu... Äh, kennst du denn dich beim Zocken zu beobachten? Ich will nicht dein Puppengesicht sehen. Ich bin noch nicht auf TikTok, Frau. Mädchen, was denn los, Digga? Was denn passiert? Also, ich zeig' alles. Ich hab' alles, alles, alles. Brüste, frei? Alles, alles. Ja, also komplett... Hintern, frei? Ja. Vagina, alles? Ja, alles. Also, ich hab' da... Ich hab' da keine Hemmungen. Dass ich eben mein Leben online teile und eben auch damit Geld verdiene und sowas. Das ist so von meinen Eltern das Schlimmste überhaupt. Was ist da so die Grenze für dich? Also, sieht man dich ganz blank im Internet? Ähm, hast du auch schon... Also, was heißt das für dich? So... Ich zeig' alles. Ich... Alles, alles? Alles, alles. Brüste, frei? Alles, alles. Ja. Also, komplett... Hintern, frei? Ja. Vagina, alles? Ja, alles. Also, ich hab' da... Ich hab' da keine Hemmungen. Ich fühl' mich wirklich missbewusst, dass viele Leute es auch nicht zeigen auf den Plattformen. Und das finde ich auch in Ordnung. Ich finde, man sollte auch nur, wenn man sich für sowas entscheidet, nur so weit gehen, wie man sich persönlich wohlfühlt. Ich fühl' mich so wohl. Ich fühl' mich wirklich... Ähm, so wohl in meinem Körper, dass ich sag' so, hey, ich zeig' gerne alles. Ich meine, ich hatte beim Wattlift auch eine Schamlippen-Underspritzung. Das klingt jetzt bescheuert, aber ja. Das klingt vor allem schmerzhaft. Man spürt's ja nicht. Das spürt's ja nicht. Ach so, okay. Also, das war ja während dem Brasilien-Battlift. Der Arzt hat gemeint, ja. Ähm, weil ich eben gefragt habe, ob sowas möglich ist. Und er hat gemeint, ach ja, das geht ja ganz einfach. Zehn Milliliter pro Seite. Wir haben eh mehr Fett über, als wir spritzen dürfen. Und das wird eh alles anschwillen unten rum. Dann merken sie das auch nicht. Und dann, ja, hab' ich's halt mitgemacht. Warum nicht? Und ich meine, sowas mach' ich natürlich auch. Und teile das dann natürlich auch gern, weil ich das Ergebnis ja auch schön finde. Was würdest du sagen, wie viel Geld verdienst du damit? Fünfstellig. Auf jeden Fall. Das kann ja viel heißen, ne? Ja. Dann nehmen wir mal den... Zwischen 10.000 und 20.000 pro Monat mach' ich aktuell. Okay. Ja, das ist ja... Das ist viel Geld. Mit 21 ist das verdammt viel Geld. Das ist sehr viel Geld. Also, wenn ich ehrlich bin, ich hab vorhin eine Ausbildung zur Friseurin gemacht. Und da hab' ich 300 Euro im Monat verdient. Und wenn... Da gibt's auch irgendeine Statistik. Ich glaub' in Amerika ist der Anteil an Frauen zwischen 18 und 25, die eine richtig teure Karre haben, so exorbitant explodiert. Und ein richtig großer Prozentsatz davon hat den Wagen halt mit Onlyfans gekauft, so mäßig, ne? Wenn ich jetzt drüber nachdenke... Hey, die Werbung kickt gleich wieder. Ich kann sie nicht verschieben. Boah, das ist schon unfair, dass es Leute gibt, die wirklich harte Arbeit machen, jeden Tag in der Arbeit stehen, viele Überstunden machen und deutlich weniger verdienen. Macht das Geld es ein bisschen leichter, gewisse Grenzen auch zu überschreiten. Da mach' ich kurz wieder Pause, ja, kann ich mal. Danke, denke ich gerne. Deine Zuschauer haben mir dann vielleicht auch spezielle Extrawünsche, die sie vielleicht sehen wollen. Da hat mir einer, glaub' ich, 600 Euro geboten, dass ich in H&M reingehe und währenddessen komplett angezogen bin, nichts Schlimmes mache, nur halt große Luftballon-Booste trage. Und das als komplettes Video. Für 600 Euro oder was weiß ich, was das war. Also es ging fünf Minuten lang ungefähr. Ich bin da reingelaufen, hatte meine Dinger in der Tasche, bin in eine andere Stadt gefahren dafür sogar, was mich keiner kennt. Also du hast in deine Brüste, wie sie jetzt sind, noch mal Luftballons zusätzlich aus? Solche Sachen kommen halt schon, ich mach' nichts in der Öffentlichkeit nicht mehr, da hab' ich keine Lust drauf, das gefällt mir nicht mehr so gut. Oder ich hab' auch einen, der ist fast alles englischsprachig, der ist ein ganz Lieber, aber der will einfach immer nur, dass ich ihn beleidige. Und für jede Beleidigung krieg' ich 100 Euro. Und oder für ein Bild vom Mittelfinger oder sowas. Und noch eine gute Sache, da war ich mit einer Freundin, die eben auch so drauf ist wie ich ungefähr, da waren wir im Restaurant. Und da hat uns jemand angerufen, 200 Euro, dass wir 30 Sekunden über seinen Penis lachen. Und wir sollten drüber lachen. Also das war sein Ding, dass er ausgelacht wird. Da gibt's ja auch viele, die es eben toll finden, irgendwie ausgelacht zu werden wegen ihrer Größe oder sowas, die eben auf diese Niedrigende stehen. Und das war halt einfach so, so easy money, das war 200 Euro, ist auch noch viel Geld, ist es viel Geld? Ne, was ich halt oft lese, Chat, ist das mit der Mimik, ne? Das ist wahrscheinlich auch etwas... Ja, das ist halt irgendwie, sie ist schon fast wieder so, wie so ein Kunstobjekt, ne? Also ich will sie jetzt nicht objektizieren, Twitch-Team, aber solche Personen, diesen Trend betrachte ich dann schon, dass sie so eigene, also so über die Stränge, dass es wie so ein eigenes Individuum schon fast ist. Also so wie irgendwo Kunst so. Weil wenn sie lächelt, du wärst mit ihr so zusammen und sie lächelt, dann erkennst du das fast gar nicht mehr, weil halt so viel Botox und alles in ihrem Gesicht ist. Das würde mir einfach nicht gefallen, Digga. Und wir wissen ja gar nicht, wie das dann im Alter sich alles gestaltet, ne? Da mach ich mir dann ja Sorgen jetzt schon um die Partnerin, was ist in 20, 30 Jahren. Klar sagen dann wieder, ey, wir leben hier und jetzt, aber, ja. Ja, dafür hab ich einen halben Monat gearbeitet in meiner Ausbildung. Aber solche Sachen sind doch eher die Ausnahmen, muss ich sagen. Die meisten wollen halt irgendwie einfach, wie ich mich einöle oder wie ich drüber rede, wie groß ich meine Brüste will oder dass ich mir auf ein Po haue oder sowas. So klassisch. Das waren die Klassiker. Genau. Also es gibt so ganz klar Sachen, die mach ich nicht. Da zum Beispiel ab und zu bekomm ich so Fragen irgendwie. Einer hat mir zum Beispiel erst auf Onlyfans auch geschrieben, ob ich nicht einen Liter Milch trinken kann und dann kotzen kann. Und das ist sowas, wo ich dachte, boah, ich will jetzt keinen Kling-Shaming machen für niemanden, wenn es der Petsch ist. Schön, viel Spaß damit. Alles in Sachen, da bin ich überhaupt kein Freund von. Das würde ich auch, glaube ich, für kein Geld machen. Kann ich für mich forschen. Klar ist das… Für gar kein Geld? Natürlich jeder Mensch hat wahrscheinlich irgendwo eine Grenze und sagen würde, so, boah, für das Geld mach ich jetzt einfach kurz. Chat, seid froh, dass wir da wahrscheinlich gar nicht die Abgründe der Hölle hören. Ich will gar nicht wissen, was es noch alles gibt. Und bitte jetzt auch nichts in den Chat zu schreiben. Es ist halt, Bruder, es gibt Fetische, die willst du gar nicht wissen. Sachen, die mir vielleicht nicht so gut gefällt. Aber aktuell ist es mir schon so, dass es mir wichtig ist, dass ich mich wohlfühle mit meiner Arbeit. Und dass ich schon auch wirklich Sachen ablehne, wo ich sag so, boah, das ist jetzt echt grenzüberschreitend. Das gefällt mir nicht. Das ist einfach nichts. Da lehne ich halt wirklich auch knallhart Sachen ab und sag so, hey, tut mir leid. Ich glaube, da musst du jemand anders dafür suchen. Ich finde das absolut wichtig, dass du da eine… Deine eigene Linie irgendwo hast. Und auch sehr ehrlich, dass du sagst, okay. Ich weiß es nicht. Hab ewig schon einen Twitch-Tobel. Es gibt vielleicht einen oder anderen Preis, wo ich auch mal eine gewisse Grenze überschreiten würde. Aber grundsätzlich weiß ich, womit ich mich wohlfühle. Dein Sound ist bescheiden. Und Sachen, die mir unbehaben bereiten. Welcher Sound-Chat? Hast du gewusst, mein Mic? Ja, das lehne ich ab. Mich würde jetzt mal interessieren, du hast natürlich ein sehr aufreizendes Auftreten und sagst auch selber, das zeigst du auch gerne im Internet. Mike-Lags? Du magst das sogar selber. Stimmt alles oder nicht? Wie reagieren denn die Menschen darauf? Also gerade jetzt die Männerwelt, wie hast du so Kontakt zu Männern? Also in der Öffentlichkeit ist es schon so, dass ich viel angestarrt werde. Ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ ist. Ich meine, mir ist bewusst, ich bin, ich fall auf. Das ist halt einfach ein auffälliger Look. Und ich glaube auch, dass ich selbst auch, wenn ich gar keinen Kontakt so hätte mit diesem Bereich und mit Plastische Chirurgie im Allgemeinen, dass ich wahrscheinlich auch aus Neugierde einfach schauen würde, wenn eben eine Person vorbeiläuft mit einem sehr auffälligen Look. Fassen dich Menschen auch an? Einmal ist das passiert, da war ich auf einem Fußballspiel tatsächlich. Ich bin gar nicht so der Fußballfan, aber ich war mit einer Freundin dort. Und da gehen wir raus und dann wollte so ein Typ einschlagen, so Mitte 40, Anfang 50, ich weiß es nicht. Wollte einschlagen. Ach ja, lustig, schlage ich ein. Was passiert? Er schlägt nicht ein, sondern haut ihn auf die Brust. Also mit voller Absicht greift er eben drauf. Und da habe ich mittlerweile das Ding raus, dass ich da wirklich laut werde. Wenn Leute jetzt grenzüberschreitend werden oder unangenehm werden, gerade auf TikTok oder Instagram, da kriege ich wirklich tatsächlich auch was von Frauen und böse Kommentare, aber auch wirklich schlimme Sachen, wie zum Beispiel, ich hoffe, deine Brüste platzen und du stirbst. Ja, okay. Das geht halt gar nicht mit, ne? Ich sage nicht, dass es in Ordnung ist, aber wenn man so über die Stränge schlägt, ist es natürlich trotzdem nicht in Ordnung, sondern dass Leute dir sowas schreiben, aber dann muss man halt leider auch im Internet erwarten, dass Gegenwind kommt. Sowohl von beiden Geschlechtern. Und das war so ein Kommentar, da hatte ich eh keinen so guten Tag. Und natürlich, man darf das nicht an sich ranlassen. Das sind vielleicht Leute, die selbst nicht mit sich zufrieden sind und es irgendwie anders kompensieren. Das war so ein Kommentar, der hat wirklich wehgetan. Das hat mir wirklich im Herzen wehgetan, dass jemand mir quasi den Tod gewünscht hat. Also ich meine, und warum? Weil ich was mache, was der Person nicht gefällt. Ich tue niemandem weh, wenn dann... Das verstehe ich halt eben nicht. Das verstehe ich grundsätzlich nicht, warum man sowas schreibt, was das eigene Ziel dabei ist. Es geht ja nur darum, sich irgendwie besser zu fühlen. Vielleicht, weil man dann ein paar Likes auf so einen asozialen Kommentar bekommt. Aber wenn man sich keinerlei Gedanken darüber macht, was das beim Gegenüber auslöst. Es gibt genug Menschen, die... Leute finden das vielleicht dann immer in dem Moment bei den anderen nice und hauen da mit drauf. Aber imagine, das wäre bei dir in deinen Kommentar. Deshalb dann auch den Mut am Leben verlieren. Also ich werbe da jetzt schon seit Jahren für, dass wir dieses Internet nicht als anonymen Raum betrachten. Der es zwar ist, aber diese Anonymität nicht ausnutzen, um dann Menschen wie dir am Ende wehzutun. Wenn du dich selber als erwachsene junge Frau dafür entscheidest, eine digitale Sexarbeit zu machen mit solchen Plattformen wie OnlyFans, was du da aufgezählt hast. Das ist deine eigene Entscheidung. Und wenn du damit Geld verdienen willst, dann ist das deine Entscheidung. Ich meine, dass das bei Menschen sauer aufstoßen kann, die damit noch keinen Kontakt hatten und die vielleicht auch nicht verstehen, warum du das machst. Das war dir sicher auch bewusst im ersten Schritt. Aber dir muss man zumindest die Chance geben, dass du dich erklärst, weil du bist ja jetzt kein anderer Mensch als vorher. Jetzt habe ich aber noch eine ganz wichtige Frage an dich. Denn ich weiß, dass da draußen sehr viele Menschen sind, die selber das Gefühl haben, nicht ins Bild zu passen, weil sie irgendwelche Besonderheiten am eigenen Körper haben. Ich kenne das selber als Rollstuhlfahrer, wie man angeglotzt wird teilweise und mich würde interessieren, was sind deine Tipps an jemanden da draußen? Also wenn ihr irgendwie in einer Situation seid, wo ihr euch vielleicht unwohl fühlt, weil andere Leute irgendwie auf euch anders reagieren als andere Menschen, dann seid euch wirklich bewusst, dass ihr euer Leben lebt, dass ihr die einzigen Leute seid, die einzigen Menschen seid, die sich selbst, also man schuldet nur sich selbst Rechenschaft. Das ist das. Man muss nur mit sich selbst glücklich sein. Und ich kenne es ja selbst, ich kriege so viele böse Kommentare, aber trotzdem, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, ich fühle mich so, so, so wohl in meinem Körper. Und das ist das Wichtigste. Was bringst du, wenn eine Nachbarin gefällt, aber sich selbst nicht? Also behaltet das im Hinterkopf. Ja, das sind sehr wahre Worte. Am Ende des Tages muss jeder für sich selber Glück finden und ja, geht da wirklich auch einen eigenen Weg. Das kann ich nur so unterschreiben. Jessie, ich danke dir vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast und du warst auch wirklich ehrlich. Und da sie hier ist und ehrlich war, bitte ich euch da draußen natürlich auch respektvoll, ihr gegenüber zu sein in den Kommentaren. Ihr dürft natürlich Fragen stellen. Das ist ganz wichtig, weil du wirst vielleicht auch ein bisschen was mit kommentieren können. Vielleicht treffen wir uns auch nochmal und dann können wir darauf eingehen. Und du siehst das jetzt wahrscheinlich. Ach nee, du siehst das noch nicht. Hier zwischen uns sind so zwei Videos eingeblendet. Eins von einem anderen Funkkanal und eins, was ich dazu sage. Ich sage auch, beleidigen im Internet ist nie in Ordnung. Das ist sowieso ein ganz großes Problem im Internet. Und sowieso mit Mut wünschen und so. Und das würde sich einfach nur in der Ecke übertragen. Ich weiß nicht, dass das ist. Das ist ja, was ich grüß. Das ist ja, was ich grüß. Das ist ja. Ich weiß nicht, dass das ist. Das ist ja, was ich grüß. Das ist ja auch. Das ist ja, was ich grüß.